servus christi und herzlich willkommen minecraft mit mir dem wolle schön dass du dabei bist und so schaust wie es so weitergeht und ja ich habe jetzt was verkabelt muss ich mal schnell zeigen ich habe ich habe hier im ersten stock endlich endlich auch zugriff auf dem system hier ist es jawohl und da fehlt noch ein cover verdammt haben wir keins mehr okay dann machen wir halt noch ein solcher überall habe ich daran gedacht nur da mal wieder nicht egal dann sehen wir mal gleich wie das so machen und dann brauche ich noch ein glas weil ich muss es leider kaputt machen dumm gelaufen aber es ist so so long und ein glas sehr gut und ich habe das gefühl wenn ich so ein glas raus holt es wird immer mehr ja klar das sammelt sich dann im system das müssen wir irgendwann einmal ändern egal momentan egal genau also da oben habe ich jetzt ein me system zugriff und dann habe ich hinten in mein ding ist auch noch ein lass mich raus das dumme ist dass das läuft hier so hoch und das cover also die fassade die ist hier passt hier nicht so dazu das ist ein bisschen schade aber damit müssen wir leider erst mal leben und das ding habe ich es auch fertig gestellt übrigens noch so jetzt da hinten noch den boden fertig und da ist auch zugriff auf das me system hier so wunderbar durchgezogen unten und das habe ich natürlich überall die möglichkeit was zu tun tun kann ich es immer nur im keller weil sobald irgendwas immer im system ist was man nachbauen muss zum beispiel mal einen prozessor kochen oder lauter so ein quatsch ja genau dann stehst da und schaust dumm weil da muss doch wieder da runter laufen und den rohprozessor in den ofen schmeißen und so ein zeug und deswegen machen wir heute mal ein bisschen auto kraften würde ich sagen fangen wir mal an damit fangen wir mal an damit dass das me system mal ein bisschen kraften kann ich bin gespannt was alles so das ist zumindest schon mal da nehmen wir eine prozessor unit auch noch aber da fehlt schon wieder schau dann lassen wir den co-prozessor erstmal co-prozessor sein crafting ich brauche sowieso hier crafting units wie doof sonst nur irgendwas crafting monitor irgendwann mal was bist du denn greenhouse block geht aber nicht okay egal ja das heißt ich brauche von denen habe ich noch dann mache ich halt noch eine jetzt sind die prozessoren ja mal alles super gelb und dann machen wir eine 1k crafting unit und da brauchen wir natürlich den hier und gehen wir noch hin ich bin ich bin schlichtweg begeistert so und dann brauchen wir noch eine molekular sampler auf jeden fall oder molekular sampler kriegen wir den auch ja fast bis auf den crafting table aber der ist ja gleich gemacht so molekular sampler haben wir auch mal einen und dann brauchen wir noch ein interface terminal oder heißt es crafting terminal pattern interface terminal fluid irgendwann mal ein interface terminal nichts da und pattern terminal wahrscheinlich nichts da ist da braucht man crafting terminal zu ja sie ist calculation prozessor engineering prozessor du bist ja mit den diamanten richtig richtig cutting knife was damit immer den schmarrn da mal sparen kann ganz ehrlich machen wir mal acht stück davon und dann brauchen wir die mit den emeralden noch glaube ich ah haben wir auch nicht mehr viel immer wieder emeralds einkaufen machen wir fünf davon und von den goldenen machen wir auch noch ein paar oder so dann haben wir erstmal ein paar davon gut dann können wir ja weitermachen ich brauche ein terminal interface also das interface terminal und die pattern terminals also pattern da braucht man crafting terminal und da brauchen wir ein me terminal und das ist das da super ist ja auch viel da dann machen wir halt jemals und illumine quarz glas quarz glas quarz glas quarz glas auch gott nein die weg da dies ist da will die haben quarz glas will die haben komm ernsthaft das ist so warte mal auto put auto output disablen dass das zeug drin bleibt ja bleibt drin eins zwei drei vier erstmal den rest lassen wir mal durch eiern gut jetzt nur drei braucht passt gut terminal schreibt muss so also was war das jetzt ich brauche ein me terminal und dazu brauche ich hier das ding dann das dann einmal dich und einmal dich siehst und das sind so die dinge die müssen automatisiert laufen weil da kriegst du irgendwann die krise dann haben wir das interface terminal ne da brauchen wir ein interface dazu oder da brauchen wir ein interface hammer interface terminal hammer und dann brauchen wir noch das pattern terminal hammer nicht weil für das pattern terminal brauchen wir das crafting terminal und dazu fehlt mir noch okay das geht ja noch direkt wo ist es denn crafting terminal der da und dann das crafting terminal und das pattern terminal ich glaube es hammer ist so wo tun wir das jetzt hin gute frage ach weißt was da passt ein terminal hin und da passt ein terminal hin interface hammer noch keins und pattern terminal yes 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 so cables ola okay okay oh gott ich hab wieder keine cables mehr so die gehen auch schon wieder aus alles klar dann gehen wir mal in den keller runter also wir sind ja schon im keller aber wir gehen noch eins weiter runter hab ich mir gedacht den ganzen quatsch können wir eigentlich da unten hin bauen da haben wir ja genug platz und da hinten sieht man schon da geht auch die leitung lang hier das ist die leitung ganz dahinter bis bis zum sag schon bis zum zaumkraftgebiet und hier ist die leitung hoch in die burg ja und falsche richtung nee halt ist wo muss ich denn jetzt hin falsche richtung ich kenne mich nicht mal aus nee nee das ist schon die richtige richtung oder ja richtige richtung man 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 hier kann man sich ja verlaufen vielleicht mal ein bisschen platz schaffen hier einfach mal so so die müssen glaube ich auch irgendwann weg und ich hab mir gedacht das köpfe eigentlich hier da ist so schön viel platz eigentlich hier hinten und so überhaupt und da bauen wir jetzt die die ganzen einheiten rein für das autocrafting meinen f7 anschalten nicht dass wir hier dann plötzlich in schwierigkeiten kommen ich muss meine hand mal auf mehr abbauen machen ich glaube da oben ist aber schon hier schon ja genau da ist schon die decke ja und jetzt schieben wir uns mal da so durch hier so lang das war da hinten irgendwo wieder an die kabels kommen ah Kohle Kohle da hinten müssen nämlich irgendwo unsere MB-Kabels rumlaufen ja da 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 kommt doch schon Gang ja 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 hier MB-Kabels so haben wir hier irgendwo Schwierigkeiten ich mache jetzt das alles auf hier das ist mir doch jetzt erstmal echt egal da unten kommt doch eh keiner her zum groß gucken oder eben dann haben wir hier mal Platz dass man sich bewegen kann f7 habe ich aber an oder f7 f7 ja ich glaube schon dann machen wir hier mal Platz nein alter okay da müssen wir dann ein Licht an die Decke schießen peng so jetzt hat es mir schon wieder die Niterwarzen alle weggespült das passiert doch laufen wenn mir hier irgendwo Wasser runter kommt das ist so lästig ehrlich das ist euch so lästig deswegen das ist aber auch alles knapp gebaut hier ne alter Schwede du na komm dann machen wir es jetzt erstmal so so hier ist auch Wasser drin das ist super warum ist denn da schon wieder Wasser aus und schon wieder sind die also die Niterwarzen müssen jetzt dann einmal woanders hin okay hier habe ich also überall Wasser oder wie ja ist das lästig Leute okay maximale Höhe hier ja genau da oben steht die ja ja ich weiß schon wo das ganze Wasser herkommt das müsste man jetzt einmal nach unten versetzen theoretisch ist erstmal egal irgendwo so jetzt habe ich ihn eingefangen irgendwo kam der noch her so dann machen wir hier mal noch ein bisschen Platz ich darf also maximal auf die maximal drei hoch ne dann stellen wir es da her komm sagen wir hier unten zwar ist egal das ist jetzt erstmal total egal so hier kommen unsere Crafting Einheiten hin da kommt man dann auch wunderbar hin immer noch eins rauskommt eins noch und dann haben wir es gut das ist weniger gut hier so ach komm so schon besser aus Kabel haben wir da das ist auch wunderbar ich stehe an der Lampe fest toll gut Crafting Ein-Kar-Crafting-Unit die stellen wir mal da hin und dann die Crafting ach so warte mal das ist der Crafting-Storage und dann hier die Crafting-Unit das sollte funktionieren und den Assembler hmm die Assembler die Assembler packen wir hier in die Ecke so weil wir es können so du bist auch online oder super gut das war es Autocrafting ich komme sehr schön das ist erstmal nur eine kleine Einheit aber das tut es ja auch erstmal so Wettern Terminal Interface ach so schmal Interface Terminal aha ich bin ja blöd das zeigt mir nur Interfaces an oder ich habe ja gar kein Interface ja noch nicht noch nicht aber die brauche ich ja auch zum Kraften wenn ich an die Maschinen rangehe ja das passt schon alles gut alles gut nichts umsonst gemacht so ich sage jetzt mal halt beim Pattern Terminal ach dann brauche ich jetzt erstmal die Patterns Pattern Encoded Blank Pattern 1 weil jetzt fehlt mir was fehlt mir denn da jetzt Quarzglas mal wieder Quarzglas oh okay es ist zum Heulen echt ähm da ist zub 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 zapp was hat er denn jetzt schon wieder also Strom ist genug da definitiv ich weiß nicht also manchmal spinnt's da ist doch noch genug Platz drauf oder hier hier sechs ja keine Ahnung warum kriegen wir das jetzt nicht rein ne es mag grad nicht steinig schon aber das Quarz darf jetzt da nicht rein warum darf jetzt das Quarz da nicht rein ich weiß es nicht ich tue es mal in irgendeine Kiste die hier so Quarz im System geht doch also manchmal fragst du dich schon ob die Kiste nicht einfach nur spinnt so halt warte mal Pattern Terminal als erstes machen wir ein Pattern Pattern das geht so so Encoded Pattern und das muss ich jetzt unten in den Assembler reinschmeißen oder in den Molekular Assembler sollte ich da vielleicht ein Interface hin tun macht das Sinn ich weiß es nicht ich hab irgendwas aufgesammelt ähm und jetzt kann ich das Kraften nein kann ich nicht weil ich brauch da ähm weil ich brauch da jetzt so das ist Processing Pattern das ist für die Maschinen und das ist das Normale warum ist es da gar nichts mit hallo ja also irgendwas spinnt grad irgendwie spinnt das grad Eis was ist denn jetzt los ich hab's kaputt gemacht warum also du gehörst da schon mal nicht rein oder ne ich brauch da ach ich brauch da ein Interface klar ich brauch da ein Interface aber trotzdem nur weil ich das da rein tu darfst du nicht kaputt sein alles jetzt zeigt dir mal nix mehr an Alter aber da ist doch noch alles da äh versteh ich nicht in ich versteh's echt nicht ich muss noch ein Interface basteln glaub ich zwei aber das ist ja gar nichts mehr da hier warum ist ach ich bin ja blöd oh man Wolle naja man kann sich auch mein Gott alles klar alles klar ich bin ich bin verwirrt manchmal so jetzt na jetzt fehlen die schon wieder Formation Core oh ne was fehlt denn da in der Mitte Fluix Dust und Fluix Dust machen wir aus Fluix Crystals und die machen wir so da muss was passieren eindeutig das kriegen wir jetzt noch hin das eine kriegen wir jetzt noch hin so dann haben wir das und dann haben wir das und dann machen wir Fluix dann machen wir wieder Interface Interface nein das normale ME Interface bitte also das hier erstmal Information Core bauen wir mal und dann bauen wir noch den anderen Core den Anhanilation Core kann man auch wieder bauen dann bauen wir noch ein Interface dieses Interface Recursive Networking ja dieses Interface machen wir mal flach und schon wird der Schuh draus pass auf ich erinnere mich jetzt weiß ich auch wieder wie es geht so und dann klatschen wir hier das ist natürlich dann blöd wenn der in der Ecke steht eindeutig blöd klonk gib mal her da komm her dann klatschen wir jetzt da ach so so natürlich nicht gib mir mal das Kabel hier dankeschön äh wie machen wir das am dümmsten also ich weiß er braucht Strom auf jeden Fall der Knödel hier der braucht Strom und den kriegt er nicht durchs kleine Interface dann machen wir das große draus so dann gehen wir hier eins raus so klatschen den da hin ouch und drunter ihn hier so und du kriegst jetzt das Ding da so läuft's ich glaub jetzt läuft's wir müssen hier nicht in absoluter Schönheit bauen aber es ist niedrig und das heißt wir könnten dann drunter noch ein Loch machen dann auch noch das Interface hin basteln dann passt das schon alles klar so lass uns mal kurz hochgehen ja und jetzt kann das System angeblich Pattern basteln ne so beim Interface ja da sehe ich es jetzt auch sehr gut und wenn ich jetzt sag Pattern aha dann gib mir doch mal 10 ups missing Quarzglas acht Stück okay Quarzglas das da 1 2 so Pattern 10 ups ja ja es funktioniert es funktioniert da sind sie 10 Patterns super es geht doch sehr schön so und die tun wir jetzt da rein und dann kann ich alles weitere dem System beibringen und wenn das mal mit der Kraftunion nicht reicht dann bauen wir halt noch eine dazu da unten und das haben wir da unten den Knödel der es verarbeiten kann ach da fällt mir eigentlich die ganze Zeit rauf und runter lauf Monster Farm die Kiste läuft mau über machen wir mal schnell ähm Diamond Chest Gold to Diamond nein nicht den da Gold to Diamond Upgrade jawohl den will ich haben dann machen wir mal die Kiste größer und was ich dann auch noch machen muss ist dann weil jetzt haben wir die Kabellage hier schon unten klonk so naja es passt wieder ein bisschen was rein hier sie arbeitet nicht schlecht gell genau was ich sagen wollte jetzt habe ich ja die Kabellage auch schon langsam hier unten diese hier diese Kabels weil ich möchte eigentlich diese Kiste gerne da an dem System anschließen das ist die Frage ist es billiger wenn ich erstmal mit Item Ducks die Kiste ein bisschen weiter hier hoch schaffe wahrscheinlich wahrscheinlich und es ist mir im Endeffekt sehr wurscht wo die Kisten steht ne im Endeffekt ist es wurscht dann könnte man die Kiste nämlich dann mit dem Bus dann läuft die auch voll wenn es irgendwas ins System rein stofft dann läuft es in diese Kiste rein muss ich mir überlegen was wir da mal machen auf jeden Fall wüsste ich schon ganz gern dass das Zeug da ist wenn ich ehrlich bin genau ok passt erstmal alles klar gut dann war es das für die Folge wir haben es jetzt aus der Krafting hingebracht das System kann jetzt weiter lernen das mache ich mal so zwischen den Folgen immer wieder mal was Neues Rezepte rein und so dann müssen wir hier ach ja der Anschein hat den sich zu sich rüberkult und der hat eine Gear Maschine drüben aufgebaut hat er mal erzählt das heißt dann können wir hier nämlich auch sagen das System soll automatisch Gears kraften können muss man halt bei ihm drüben das Interface anschließen er muss sich halt da vielleicht auch mal so ein Pattern Terminal für sich drüben bauen und so dass er nicht immer hierher laufen muss was auf Dauer wahrscheinlich auch lästig ist und so aber es ist ein Anfang und da bin ich schon mal ganz froh drum und wieder ein Stückchen weitergekommen und ja dann war es das erstmal für die Folge ich hoffe das hat ich hoffe es hat da gefallen wenn ja dann würde ich mich freuen auch wenn du beim nächsten Mal wieder mit zuschaust und bis dahin mach es gut ciao ciao und servus